Der Kapitalismus ist Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Der Kapitalismus basiert auf der Ausbeutung von Ressourcen und der Zerstörung der Umwelt. Man kann kein kapitalistisches System betreiben, weil man kein Geier ist. Man muss das Blut von jemand anderem saugen, um Kapitalist zu sein, sagte Malcolm X 1964. Der Kapitalismus ist ein strukturell pervertiertes System aus kommerziellen Beziehungen und Besitz, sagte Jorge Bergoglio in seiner päpstlichen Erzüglichkeit 2015. Der Kapitalismus kannibalisiert sich selbst. Seine Selbstvernichtung ist systemimmanent, sagte Richard David Precht irgendwann. Aber warum ist das so? Warum ist das kapitalistische System ausbeuterisch? Und was hat Karl Marx damit zu tun? Hallo und herzlich willkommen auf Kaiser TV und beim nächsten Video in unserem Karl-Marx-Monat, nachdem wir uns letztes Mal mit dem Begriff Diktatur des Proletariats und der Frage befasst haben, ob Sozialismus auch demokratisch sein kann. Nun also Kapitalismus und Ausbeutung. Um begrifflich etwas klarer zu sein, unter Kapitalismus verstehe ich hier nicht das derzeit herrschende System, also im Westen herrschende System des Korporatismus, in dem sich Unternehmen der Macht des Staates bedienen, um durch Subventionen, Steuererleichterungen, Regulierungen und Verbote die Marktmacht an sich zu reißen. Ich verstehe unter Kapitalismus freies Wirtschaften, Vertragsfreiheit, starke Eigentumsrechte. Die Frage ist nicht, führt das derzeitige System zu Ausbeutung, denn ich denke, das kann man eindeutig mediar beantworten. Die Frage für unser heutiges Video wäre vielmehr, warum führt es automatisch zu Ausbeutung, wenn Menschen beginnen frei und freiwillig untereinander zu handeln? Warum führt freie Marktwirtschaft in die Katastrophe? Nun, diese Frage ist zentral für jede Kapitalismuskritik. Warum soll es jemanden ausbeuten, wenn er ein Angebot eines anderen freiwillig annimmt? Warum sollte ein Unternehmer jemanden ausbeuten, wenn er ihm einfach Arbeit anbietet und dafür Lohn auch zahlt? Warum werden Menschen ausgebeutet, wenn sie Produkte kaufen? Ist doch gut für beide Seiten, eine Win-Win-Situation. Ich will das, was du haben willst, du willst das, was ich haben will. Wir tauschen und beide profitieren. Was ist daran jetzt Ausbeutung? Nur wenn ich das begründen kann, wenn ich auf diese Fragen eine Antwort geben kann, was auf den ersten Blick nicht evident erscheint, bin ich ein erfolgreicher Kapitalismuskritiker. Und der Hintersinn dieser Frage ist natürlich erkennbar. Wenn die Freiheit der Menschen zur Ausbeutung führt, dann muss der Stark mit starker Hand ins Leben der Menschen eingreifen, um Gerechtigkeit herzustellen. Folgen wir also verschlungenen Gängen in den intellektuellen Kaninchenbau eines Kapitalismuskritikers und gehen wir zu den Quellen. Was sagt Karl Marx dazu? Nun, Karl Marx entwickelt seine Theorie der Ausbeutung auf Grundlage seiner berühmt-berüchtigten Arbeitswertlehre. Ohne Arbeitswertlehre keine Ausbeutungstheorie. Das Ganze ist ein bisschen theoretisch und auch vielschichtiger, als ich das hier in diesem Video kurz skizzieren kann. Ich muss vereinfachen. Eine unmögliche Aufgabe. Ich versuche es trotzdem, denn... Also für mich ist das hier alles Pille-Palle. Mir macht das nichts aus. Das wird für uns jetzt vielleicht etwas anstrengend, aber... Sie müssten sich bei manchen bisschen Mühe geben. So ist das nicht mit der Literatur. Ein bisschen Mühe geben muss man sich. Im Kapitalismus geht alles mit rechten Dingen zu. Trotzdem oder gerade deshalb muss und wird es zur Revolution kommen. So Karl Marx. Also zu diesem paradoxen Ergebnis gelangt Marx mit Hilfe seiner objektiven Wertlehre, die er auf menschliche Arbeitskraft dann überträgt. Objektive Wertlehre. Daraus resultiert dann die gerechte Ausbeutung, die nach Abhilfe schreit. Man kann es also erstmal mit zwei Begriffen beginnen. Gebrauchswert und Tauschwert. Wenn wir uns die Dinge angucken, mit denen wir so täglich zu tun haben, mit denen wir untereinander handeln, dann haben sie meistens einen Gebrauchswert für uns. Eine Banane hat den Wert, uns satt zu machen. Und falls wir hungrig sind. Und darüber hinaus haben wir noch einen Wert, der entsteht, wenn wir die Banane dann gegen etwas anderes tauschen wollen. Den sogenannten Tauschwert. Wie viel kostet die Banane auf dem Markt, ist dann die Frage. Oder besser, wie viel sollte sie auf dem Markt kosten? Wie viel ist sie auf dem Markt idealerweise objektiv wert? Für wie viel sollte sie eingetauscht werden? Was ist sozusagen ihr Gegenwert? Ein Panini-Fußballbildchen von Pierre Ledbarski hat rein gar keinen Gebrauchswert, aber dafür einen mitunter sehr hohen Tauschwert. Ein Aquarium dagegen hat weder Gebrauchswert noch Tauschwert. Aquarium! Gehen wir ins Aquarium! Marx sagt nun, dass dieser Gegenwert etwas Objektives sei. Eine Banane hat einen objektiven Tauschwert von x. Das besagt eben die objektive Wertlehre. Woran macht man aber fest, welchen Wert eine Ware objektiv hat? Für Marx ist es die Arbeitszeit. Der Tauschwert jeder Handelsware entspricht der Zahl der Stunden, die für die Produktion dieser Ware erforderlich gewesen sind. Eine Banane ist so viel wert, wie es Zeit gekostet hat, eine Bananenstaude zu pflanzen, zu züchten, die Werkzeuge herzustellen, mit denen man sie pflückt und was man sonst so braucht, um Bananen zu ernten und sie eben zu pflücken und zum Markt zu bringen und so weiter. Wenn man nach dem objektiven Tauschwert etwas eintauscht, dann besitzt man hinterher nicht mehr als vorher. Wenn man zum Beispiel eine Banane eintauscht, die 100 Stunden wert ist, dann kann man sie nur gegen etwas eintauschen, das auch 100 Stunden wert ist, um auf der Ebene der Gerechtigkeit zu bleiben. Wenn zum Beispiel zwei Äpfel 50 Stunden benötigen, also einen Apfel herzustellen, dann kann man zwei Äpfel gegen eine Banane tauschen und dann besitzt man statt der ursprünglichen Ware eine andere vom selben Wert, aber von verschiedener Nützlichkeit. Wenn aber immer nur Gleichwert gegen Gleichwert getauscht wird, wie ist dann so etwas wie Profit möglich? Wodurch entsteht überhaupt Reichtum? Wie entsteht Wohlstand? Dass hinterher die Menschen mehr haben als vorher? Durch die menschliche Arbeitskraft. Die menschliche Arbeitskraft ist für Marx eine gewöhnliche Ware, wie eine Banane oder ein Apfel. Der Kapitalist zahlte als Käufer jede Ware zu ihrem Wert. Baumwolle, Spindelmasse, Arbeitskraft. Erstmal. Und ebenso wie die Banane oder der Apfel bestimmt sich der Wert der menschlichen Arbeitskraft nach der Zeit, die zu ihrer Produktion und zur Reproduktion, also dass man auch mal schlafen muss, sich ausruhen muss, erforderlich ist. Also essen, trinken und so weiter. Um erneut arbeiten zu können, zum Beispiel acht Stunden täglich. Um acht Stunden zu arbeiten, musst du acht Stunden dich ausruhen. Der Mensch kann aber mehr leisten, als die erwähnten acht Stunden. Wenn er sich acht Stunden ausruht, aber 16 Stunden arbeitet, dann hat er dem Eigentümer der Arbeitskraft, also dem Arbeitnehmer, acht zusätzliche Stunden wertgegeben. Die Arbeitszeit ist das, was die Waren gemeinsam haben. Und erst dadurch kann eine Playstation mit einer Fußmassage verglichen werden. Man kann also Waren auf einen rein quantitativen Faktor herunterbrechen. Und so ist es mit der Arbeitszeit auch. Stunden, die zu ihrer Herstellung benötigt werden. Nicht unbedingt jeweils konkret, sondern die für die Ware gesellschaftlich notwendigen Stunden. Aber darauf kommen wir noch zurück. Dieser Kapitalist nun verkauft die vom Arbeiter produzierte Ware nicht zu den Gestehungskosten der Arbeitskraft, sondern zu ihrem wahren Wert. Es entsteht also für ihn ein Mehrwert. Diesen Mehrwert sackt der Kapitalist selber ein, nicht der Arbeiter. Und genau das ist die Ausbeutung. Wenn eine Krankenschwester z.B. bezahlt wird, dafür eine Patientin zu beruhigen, aber der Gebrauchswert ist viel höher, dann ist das Ausbeutung. Bitch, ich bezahle dich gerade dafür, dass du mich beruhigst, wenn ich Angst habe, anstatt mich hier mit so einer Attitüde anzuschreien. Weil der Arbeiter eben nicht das Produkt erhält, das zu produzieren er mitgeholfen hat und für das er bezahlt wurde. Und weil der Kapitalist für die ganze Idee, die Innovation, die Organisation, die Infrastruktur, das Risiko, die Logistik usw. auch etwas haben will, deswegen beutet er ihn aus. Der Arbeiter müsste eigentlich alles bekommen, 100% vom Preis des Produkts, der Kapitalist nichts. Obwohl die Kapitalisten also niemanden berauben, sondern im freien Handel Lohn gegen Arbeitskraft tauschen, sind sie die eigentlichen Vampire. Sie sind Blutsauger und Ausbeuter. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Die Expropriation der unmittelbaren Produzenten, also der Proletarier, wird mit schonungslosestem Vandalismus und unter dem Trieb der infamsten, schmutzigsten, kleinlichst gehässigsten Leidenschaften vollbracht. So Karl Marx. Wenn die Arbeiter doch alles geschaffen haben in der Fabrik, wie kann es dann sein, dass man ihnen nichts wegnimmt, wenn man ihnen nicht den vollen Preis gegeben hat, sondern etwas für sich einbehalten hat? Ist doch logisch. Da nun ein Teil des Mehrwerts nicht direkt konsumiert wird, sondern investiert wird, von den Kapitalisten wächst das Kapital und mit der Akkumulation des Kapitals, also zum Beispiel Fabriken, Maschinen und so weiter, geht die Zentralisation Hand in Hand. Immer weniger werden, immer reicher, immer mehr, immer ärmer, bis es nicht mehr so weitergehen kann und die Massen rebellieren. Von diesem Augenblick regen sich Kräfte und Leidenschaften im Gesellschaftsschoße, welche sich von ihr gefesselt fühlen. Sie muss vernichtet werden. Sie wird vernichtet. Der Kapitalismus hat sich also selbst aufgefressen. Die kapitalistische Produktionsweise bringt also die materiellen Mittel ihrer eigenen Vernichtung zur Welt. Und Kondensstreifen am Himmel vergiften uns. Naja, die Behauptung, der Unternehmer kaufe die Arbeitskraft des ganzen Tages und der Arbeiter habe darauf gar keinen Einfluss, auf die Länge seiner tatsächlichen Inanspruchnahme, ist eine ziemliche Zumutung. Alter, wie vermessen. Unsere Arroganz kotzt mich an. Man braucht sich nur die Entwicklung von damals bis heute zu vergegenwärtigen, grob gesprochen von 72 Stunden in der Woche auf 36 Stunden in der Woche. Und zwar, weil Kapital akkumuliert wurde, weil Arbeit sich mehr lohnt durch den Einsatz von Maschinen und weil das Angebot gestiegen ist und die Verbraucherpreise damit gesunken sind oder wären, wenn es die Inflation nicht gäbe, wären nur Investitionen in Arbeitskraft, aber nicht in Arbeitsgerät und Rohstoffe mehr Wert schaffen, dann würde ja jeder Unternehmer sein Geld nur in arbeitsintensiven Unternehmen anlegen, weil die ja viel profitabler wären. Der Arbeiter bekommt gegenwärtige Waren, seinen Lohn. Der Lohn ist ihm jetzt wichtiger, als Kapital für die Zukunft zu sparen. Das ist der eigentliche Unterschied. Der Unternehmer hingegen verzichtet auf gegenwärtige Waren, auf kurzfristigen Profit, indem er die Löhne zahlt und Maschinen kauft, also investiert. Es ist ein Unterschied in der Zeitpräferenz, der die Höhe ihres Profits begründet. Zur Ausbeutung. Auch wenn man sagen muss, dass der natürliche Vorgang eines freiwilligen Tauschs keine Ausbeutung ist, muss man zugeben, dass durchaus ausbeuterische Arbeitssituationen existieren, dass es sie gibt und immer wieder geben kann. Wenn jemand wissentlich und willentlich die Notlage eines Menschen ausnutzt, dann ist das Ausbeutung. Wenn jemand im Sumpf feststeckt, zum Beispiel, und ich ihn nur heraushole, wenn er mir vorher sexuell gefügig ist, vorher im Sumpf, naja, dann ist das klarerweise Ausbeute. Ähnlich ist es, wenn man Hunger und Armut dazu missbraucht, Menschen zu etwas zu bringen, das sie ohne diese Notlage niemals machen würden. Also sich in Arbeitsverhältnisse zu begeben, die sie nur gerade so noch dem Tod vorziehen und manchmal nicht einmal mehr dem. Aber diese Extremfälle beweisen nicht, dass sich alle Arbeitsverhältnisse auf diese Weise gestalten, dass der Unternehmer immer die Not des Arbeiters ausnutzt, nur weil der sich erst mal nicht so gut vorstellen kann, was er jetzt ohne diesen einzelnen Job machen soll. Zudem muss man sehen, wodurch Hunger und Armut oft verursacht wurden und werden, nämlich durch die sozialistische Einschränkung eines freien Marktes und Wettbewerbs, weswegen es eben für westliche Konzerne natürlich ein leichtes ist, diese verbliebenen Restbestände von Investitionsmöglichkeiten dann auch auszunutzen in Billiglohnländern und eben auszubeuten. Die Ursache hierfür ist aber nicht die Freiheit der Menschen, sondern die fehlenden Alternativen. We are fighting together with you! Be sure! Zu diesem Thema haben wir gerade eine interessante Diskussion auf Facebook, auf meinem Facebook-Profil, wo Lars Hartmann sagt, Die Friedfertigkeit und Zwanglosigkeit des Kapitalismus zeigt sich besonders in den Koltanminen oder auf den Müllhalden in Afrika, wo Menschen in vergammeltem wühlen. Darauf gab es viele Antworten. Daniel Schlageta zum Beispiel schreibt dazu, Tja, es liegt wohl eindeutig an der wirtschaftlichen Freiheit in Ländern wie Ghana. Die Menschen entscheiden sich halt fürs Müllwühlen als Ausdruck der liberalen Haltung der dortigen Regierung der persönlichen Freiheit gegenüber. Nun, man sieht, hier geht es natürlich um den Streit über die Verwendung, die richtige Verwendung des Begriffs Kapitalismus. Ist er staatlich unterstützt und geschützt und kann nur unter staatlicher Unterstützung gedeihen oder gedeiht er vielmehr in der Abwesenheit von staatlichem Zwang? Was ist Kapitalismus? Wenn man Marx' Theorie nun bewerten will, dann muss man festhalten, alles steht und fällt mit der Arbeitswertlehre. Marx hat recht, ein Ding hat für uns einen individuellen Nutzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Tauschwert, der sich dann eben auf dem Markt ergibt und die beiden müssen nicht unbedingt identisch sein. Klar, ein Glas Wasser zum Beispiel hat für uns keinen individuellen Wert, wenn wir nicht durchdurstig sind. Aber wir können es für einen hohen Wert verkaufen, wenn viele andere durstig sind. Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Aber dieser Tauschwert richtet sich in der Realität nicht nach einem objektiven Wert, sondern er ergibt sich aus den Wünschen der Marktteilnehmer. Aus Angebot und Nachfrage. Wenn ich etwas tausche, dann ist mir das Ding, was ich bekommen will, eben subjektiv mehr Wert als das, was ich dafür eintauschen möchte, sonst würde ich es ja nicht tauschen. Also per Definition. Gekauft und verkauft wird nicht nach einem errechneten objektiven Wert, sondern ausschließlich nach subjektiver Wertschätzung. Wobei sich eben die Kaufvertragsparteien zwar auf den Preis einigen, aber den Vertrag nur deshalb schließen, weil dem Verkäufer die Ware weniger wert ist als die Gegenleistung, das Geld zum Beispiel. Dem Käufer aber mehr. Also ist die Ware mehr wert. Was soll dann noch ein objektiver Wert einer Ware oder einer Dienstleistung? Wo ist der festgelegt? In den platonischen Ideen? Aber das geht nicht mit dem marxischen Materialismus zusammen. Wo ist der im Material selber? Wenn alles Materie ist, dann müsste auch messbar sein, dass der Wert des Dinges in seinen Arbeitsstunden steckt. Das ist also willkürlich. Warum nicht in seinem Gewicht, in seinem Umfang oder in seiner molekularen Masse? Und wer ist in der Lage, diesen objektiven Wert zu erkennen? Ein Gott, ein Papst, ein Kaiser, eine Expertenkommission? Das wäre wohl ein bisschen vermessen. Wer Objektivität auf dem Markt herstellen will, der will im Grunde genommen Dinge verbieten, die er für schlecht, aka subjektiv, hält. Es ist bei den Waren und Dienstleistungen auf dem Markt ähnlich wie bei der Frage über die Meinungsfreiheit. Wer sagt, nur objektive Dinge sollten geäußert werden. Kein Halbwissen, keine subjektiven Meinungen. Der will das verbieten, was er für schlechte Meinungen oder schlechte Ansichten aka privilegiert, hält. Oder ihm zumindest keine Bühne bieten. Der Versuch, einen objektiven Wert zu bestimmen, führt, wenn nicht direkt in den Totalitarismus, weil wir doch offensichtlich eine Kaste von Menschen brauchen, die bestimmen dürfen, was wie viel objektiv Wert ist und was deswegen wogegen getauscht werden darf und das dann eben für alle Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft. Also, wenn es schon nicht direkt in den Totalitarismus führt, weil diese Experten ja ihre Macht sicher niemals ausnutzen werden. Dann zumindest zu den größten Komplikationen, vor allem, wenn man ihn aus der reinen Anzahl der Stunden der Arbeit her errechnen will, die in die Produktion eines Dinges gesteckt wurden. Also, zum Beispiel, ist mein Roman so viel wert, weil ich so viel Zeit ins Schreiben investiert habe, ist ein Roman genauso viel Wert wie der eines anderen Menschen, der in seinen Roman ebenso viele Stunden investiert hat. Man wird ja noch fragen dürfen. Marx selber scheint das bei seinen eigenen Werken so empfunden zu haben. Warum füllt Marx mit dem Stoff, der sich auf wenigen Seiten eigentlich darstellen lässt, ein so dickes Buch über 950 Seiten, das nicht zuletzt wegen seiner unendlichen Wiederholungen langweilt, ja geradezu ungenießbar ist? Size Matters. Aber ehrlicher, harter Hände Arbeit ist er eben nie nachgegangen. Ich werde nichts kennen, aber was hast du bisher geleistet in deinem armseligen Leben? Friedrich Engels muss das auch so empfunden haben. Er hat Marx sogar aufgefordert, die Hauptsache ist, dass du erst wieder mit einem dicken Buch vor dem Publikum debütierst. Die Antwort, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, entnehmen wir einem Brief von Marx an Engels. Ich dehne diesen Band mehr aus, da die deutschen Hunde den Wert der Bücher nach dem Kubikinhalt schätzen. Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise misracht. Andersrum wird ein Schuh draus. Perlen sind nicht darum kostbar, weil man viele Stunden braucht, um nach ihnen zu tauchen, sondern man taucht nach ihnen, weil sie kostbar sind. Also, weil Menschen ihnen einen subjektiven Wert zusprechen. Ebenso mit dem Roman. Die Menschen kaufen meinen Roman nicht, weil ich so lange daran gearbeitet und geschrieben habe, sondern ich habe so lange daran geschrieben, damit die Menschen ihn lesen wollen. Man muss also Wert als subjektive Einheit verstehen. Das, was Menschen für Wert halten, ist nicht wertvoll, weil es objektiv irgendwo festgeschrieben wäre, in Stein gemeißelt, sondern es ist ein subjektives Empfinden, das die Menschen selber haben. Ganz individuell. Es kann sich verändern, es kann sich bei einem einzelnen Menschen selbst verändern, in verschiedenen Situationen kann es anders sein, bei Gesellschaften, in Epochen. Man muss mit den Individuen beginnen und darf nicht mit der abstrakten Vorstellung von etwas, von Dingen, von Werten anfangen. Was die Individuen wollen und was sie ablehnen, ist das, was zählt. Man darf das nicht abstrakt von außen sehen, man muss verstehen, wie Menschen denken, wie sie fühlen, was sie begehren und was sie nicht begehren und welche Mittel sie zur Erreichung ihrer Ziele für notwendig halten. Der Vorteil bei diesem methodischen Individualismus und bei dieser subjektiven Wertlehre ist im Hinblick auf die Staatstheorie Wir brauchen keine zentralen Herrscher mehr, die den objektiven Wert feststellen, die ihn dann kundgeben und dann auch noch verwalten. Wir brauchen keine Macht, die mit Waffengewalt darauf aufpasst, dass alles unter den Menschen auch sich nach diesen objektiven Maßstäben abspielt. Der Preis verändert sich, weil sie finden, dass sie nicht den objektiven Wert widerspiegelt. Also wir haben es lieber so dezentral wie möglich. Was Menschen untereinander ausmachen, zwei Menschen, ohne Vermittlung von oben, das ist das, was es wert ist und dafür kann es auch getauscht werden. Niemand anderes braucht sich da einzumischen. Für niemand anderen kann das eine Rechtfertigung für Macht über Menschen und über Dinge sein. Dann wäre dann auch das Problem, wie diese Arbeitszeit konkret umzulegen wäre, wenn etwas an mehrere Menschen verkauft wird. Also mein Roman wird 100.000 mal eine Million mal verkauft, muss dann meine Arbeitszeit durch 100.000 geteilt werden, wird er objektiv immer weniger wert, je mehr Leute ihn haben wollen? Und was ist mit komplexer Arbeit? Nach Marx ist komplexe Arbeit einfach nur ein Produkt einfacher Arbeit. Die Arbeit der Chemie-Professorin ist 100 Mal so viel wert wie die der Kanalarbeiterin, weil insgesamt 100 Mal oder 1000 Mal mehr Stunden investiert wurden. Das wäre wie zu sagen, die Matthäus-Passion ist 1000 Mal so viel wert, wie wenn ich 3 Stunden auf einem Tisch herumklopfe, weil eben 1000 Mal mehr Stunden investiert wurden. Das ist offensichtlich Unsinn. Die Arbeit zum Beispiel eines liebevollen und umsichtigen Altenpflegers ist nicht deswegen mehr wert, weil sie mehr Stunden benötigt, um so liebenswert und umsichtig geworden zu sein. Wieso sollte die Arbeit eines guten Altenpflegers einfach nur mehr Stunden zu ihrer Herstellung benötigt haben, als die eines schlechten? Das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben. Das verstehe ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Die Komplexität, die Qualität, all das spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab als auf der bloßen Quantifizierung. Es ist vielleicht auch ein Problem des Materialisten. Er kann Wert nur quantitativ feststellen, weil es im materialistischen Kosmos ja keine ewigen Werte, keine Güte, keine Perfektion, kein Ideal gibt. Außerdem versteckt sich bei dieser Reduktion von komplexer oder ausgebildeter Arbeit auf einfache oder ungelernte Arbeit ein Zirkelschluss. Woher wissen wir überhaupt, dass komplexe Arbeit mehr wert ist? Nun, weil wir auf den Markt gucken und sehen, dass dort für sie mehr geboten wird. Sie wird stärker nachgefragt. Aber was auf dem Markt geschieht, kann ja nicht der objektive Maßstab für Wert sein. Das ist nicht objektiv. Komplexe Arbeit ist mehr wert, weil sie mehr nachgefragt wird, also muss sie auch ein mehrfaches von einfacher Arbeit sein. Was wäre jetzt aber, wenn komplexe Arbeit seltener nachgefragt, weniger bezahlt werden würde? Also, das gibt's ja durchaus. Meine Videos sind zum Beispiel höchst komplex, aber werden viel schlechter bezahlt als eine Stunde belangloses Interview mit dem Drachenlord, wo es dann Hunderttausende von Klicks gibt. Marx will also beweisen, warum etwas objektiv Mehrwert ist, leitet es aber nur davon ab, dass es auch auf dem Markt als subjektiv wertvoller empfunden wird. Das ist genau diese Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit, wo man nach einer Weile auch überhaupt nicht mehr weiß, wo man eigentlich drin ist. Und dann, was ist mit den Dingen, die gar nicht durch Arbeit produziert wurden, die aber trotzdem einen Wert für uns haben? Luft zum Beispiel. Da steckt nicht besonders viel Arbeit drin. Also, falls man jetzt nicht das Ausatmen und den Stoffwechsel der Pflanzen auch noch als Arbeit zeichnen will, die Leute kommen ja auf die seltsamsten Gedanken, Luft. Luft hat für uns einen Wert. Und wie hoch der ist, kann man feststellen nach 20 Sekunden, wenn man die Luft anhält. Aber da kommt mir auch ein seltsamer Gedanke, könnten wir die Luft nicht auch als öffentliches Gut deklarieren und unter die Gewalthoheit des Staates stellen? Ja, verdammt nochmal, ja, könnten wir. Es ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Mark sagt zudem, es solle die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit sein. die zur Herstellung einer Ware benötigt wird, die den wahren Wert einer Sache angeben soll. Was heißt aber gesellschaftlich notwendige Arbeit? Arbeitszeit. Da gibt es viele Worte drüber zu verlieren und komplizierte Formeln und Gleichungen. Hier nur so viel aus Wikipedia die gesellschaftlich notwendige Arbeit ist in der marxistischen politischen Ekonomi die in einer Produzerten Ware durch chianitliche enthaltene Menge von Arbeit senäten. Sie ist die von Karl Marx als soll aber festgestellt werden, was gesellschaftlich notwendig ist und von wem soll das festgestellt werden und was sind normale Bedingungen. Wenn ein Arbeiter für die Herstellung eines Dinges jetzt länger braucht als gesellschaftlich notwendig, dann hat er zu lange gebraucht, also objektiv zu lange. Wenn ich also eine Notwendigkeit behaupte, dann sage ich damit, dass es noch einen anderen Wert gibt, als den der reinen Dauer, nämlich der Arbeitsstunden. Den, den die Gesellschaft gerne dafür investieren würde, wenn es alles normal wäre, also im Durchschnitt unter normalen Umständen. Wie kriege ich das aber raus, was die Gesellschaft will? Woher weiß ich das? Ich muss mir also alle Wünsche aller Individuen ansehen und irgendwie verrechnen und alle Arbeits- und Produktionsverhältnisse und dann muss ich rechnen, das wäre hier so, wenn wir das zusammennehmen, die notwendige Arbeitszeit, die gesellschaftlich gewünscht wäre. Ich führe also Zeit wieder auf individuelle Präferenzen zurück. Das objektive Kriterium Arbeitsstunde löst sich also wieder in einen subjektiven Faktor auf, nämlich das, was die Menschen für gut hielten unter normalen Umständen. Die objektive Wertlehre wird über den Umweg des Konstrukts gesellschaftlich notwendig wieder zur Subjektiven. Also, wenn man nicht objektiv feststellen kann, was etwas wert ist, dann gibt es auch keinen Unterschied zwischen dem, was der Arbeiter bekommt und dem, was er bekommen sollte, was irgendjemand für gerecht hielte. Wenn das, was er bekommen sollte, nicht mehr 100% des Profits ist, weil das ja das ist, was er objektiv bekommen sollte, dann ist es auch keine Ausbeutung, wenn ihm jemand weniger als 100% gibt, solange das freiwillig geschieht. das bedeutet, der freie Tausch und der Handel von Menschen kannibalisiert sich nicht selbst. Und das bedeutet, der freie Tausch und Handel von Menschen muss nicht durch eine Herrschaftskaste überwacht und reglementiert werden. Das war's für heute auf KaiserTV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Falls ihr es bis hierher geguckt habt, habt ihr mich klarerweise ausgebeutet, ihr Kapitalistenschweine. Ja, das hat mir alles sehr missfallen. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, okay, es sei denn, ihr bezahlt mir meinen fairen Anteil, nämlich 100%. Und falls es euch doch gefallen hat, 200%. Links zu Paypal, Paypal. Paypal. Bitcoin und Patreon sind in der Beschreibung. Oder kauft mein Buch unter der Haut von Gunnar Kaiser. Was sagt die Kritik über dieses Werk? Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Habt einen wundervollen Tag.